Wir haben das ja eben schon durchgesprochen. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Jetzt rede ich. Also. Wir machen. Ein Motiv. Ein Motiv. Ich mit Ball. Ich mit Ball. Dann ein Motiv. Martin mit Ball. Dann ein Motiv. Ohne Ball. Ohne Ball. Verstanden? Verstanden. In 10 Minuten. In 10 Minuten. Bin ich hier weg. Okay, was machen wir dann jetzt? Kann ich erstmal ein Kokoswasser bekommen? Kann ich erstmal Kokoswasser bekommen? Jetzt nimm mal so einen Schluck und spuck mal den aus. Spuck mal aus. Spuck mal aus. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich wollte Kokoswasser. Ich wollte Kokoswasser. Äh. Genau. Also wenn du das ein bisschen so seitlich halten könntest, weil es die Möglichkeit gibt, dass wir hinterher in der Post-Production, dass wir dein Gesicht gegebenenfalls austauschen können. Super. Jetzt machen die das mit der grünen Schelle hier. Jetzt machen wir das mit der grünen Schelle hier. Da packen wir dann den Lewandowski drauf. Da packen wir dann den Lewandowski drauf. Oh. 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 Oh.